Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute GTA 5 am PC. Ja, das sieht doch gut aus, Leute. Das nehmen wir. So, sieht ja grün aus. Leute, ich weiß nicht, wie man die Zeit vorspult. Ich kann es euch leider nicht sagen, denn wir müssen nämlich am Tag zu unserer Mission hier und nicht in der Nacht. Ich weiß, dass es geht. Es ging noch in jedem Teil beim Bett, aber hier irgendwie, weiß ich nicht. Ich kriege es nicht hin, Leute. Also hier ist kein Bett. Und ich wollte gerne mit euch diese Hauptmission hier machen oder die Story-Mission, diese eine hier. Aber das geht nur am Tag. Fahren wir mal hin, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da reinkommen. Wo, 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 wo. Ja, ich weiß mein Fahrstil, aber das ist GTA, Leute. Das gehört dazu. Da muss es rumpsen, da muss es pumpsen. Das Schild geht auch mit. Das will niemand haben. Alles abrasieren, das ist GTA. Das hat es da. So, das Schild geht auch noch mit. Und zack, um die Ecke. Bäm. So muss das sein, Leute. So, hier ist unser Ganztor. Und dann lassen wir mal. Wie gesagt, hier ist unser Auftrag, aber ich glaube nicht, dass wir da hin können. Es sei denn, ich komme hinten irgendwo rein. Gucken wir mal hier. Oh, da komme ich rein. Okay, geht doch, Leute. Ich nehme es zurück. Dann gehen wir mal schauen, was er von uns will. Hallo. Da ist er. Gut zu sehen. So gut. Hold me. Ja, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Oh, was für die Arne? Hey, Lamar, your nephew Satya with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. No! 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 No!! No! No! What's up, honey? What's up? What's up, N Abhi? What's up, Nigel? What's up, Alex? What's up, Adhi? What's up, Dad? What's up? What's up, Heavenly? What's up? What's up, соп Champagne here, has been awarded employees of the month? citing people in control of the month? You're fucking with me, right? Man, we're both being fucked with, dog. 米k knock it off, man. For real. After all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employer of the month, shit, homie. I'm sitting up here trying to kid us... Simeon, fuck this employer in a month of shit, man. When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquired when he bought the bike. We got work to do, uh, employee of the month. Hey, fuck you, and come on, man. Ich glaube, der ist angepisst. Aber, wir sind halt nun mal die Beste. So, wo kann man hier raus? Wo ist man hinten rum? Los geht's, Leute? Ah, der muss mit, wahrscheinlich, oder? Komm rein. Zack, Klammer. Bringt deinen Arsch. Move your black ass. So. Nochmal der Hinweis, Leute. Ich würde wirklich gerne die Musik einschalten. Die ist richtig geil in GTA. Aber wir kriegen nur rechtliche Probleme. Das ist so ein Kindergarten. Mit diesen Rechten. Ich kann's nicht ändern. Seid mir bitte ne Böse. So, wo, 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 weg da. Wir müssen da rüber. So. Jetzt links, 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 links. Links. Leider. Yeah, baby. Yeah, yeah, yeah. Oh, jetzt konnte ich mir nicht entscheiden. Rechts oder links vorbei. Also fahr mal in die Karre rein. So, runter da. Ah, die Fahrphysik ist geil. Man muss sich nur ein bisschen dran gewöhnen. Aber das läuft schon. Das läuft schon. Einfach gewöhnen. Weg da, Mann. Ah, fuck, man. Lerne Autofahren, Mann. So, den schubsen wir. Es macht ja immer wieder Spaß, die Leute einfach zu schubsen und niederzufahren. Das ist GTA, Leute. Oh, wir müssen da rüber. Ich fahr mal da rüber. Ich meine rückwärts. Oh, meine Karre schaut aus. Wir können nämlich auch hier lang. Man muss nicht immer nach Navi. Aber das Navi ist ganz hilfreich. Bei mir ist das so. Ich schau gerne auf das Navi, ja. Wow, geile Karre. Und dann fahr ich irgendwo rein. So, da sind wir. Wir sollen jetzt rein, oder was? Haha, zeig dir mit Mittelfinkl. Leute. Geil. Zieht euch das rein. Zeig dir mit Mittelfinger, die Hände. Alter, sofft, zieht euch das rein, Leute. Er zeigt den Mittelfinger. Ist das geil, oder was? Ich fack das gar nicht. Ach so, ich soll mitgehen, okay. Der ganze Mittelfinger-Scheiß hat mich jetzt abgelenkt. Ja, bin schon da. Was ist denn das für ein Depp? Wir sind unauffällig. Wir machen gar nichts. Oh, geile Karre, links. Schönes Blau. Oh, geht, geht. Komm, wir fahren. Tom, gehen wir nicht in den Hintern rein, gehen neben mir. Da ist eine Pussy geradeaus. Seid ihr sie rechts? Warte, Katze, Katze, Katze. Noch eine, wie viele denn noch? Hallo, Pussy. Alles klar. So, wo ist die Karre jetzt? Ein Sofa! Jetzt sagt nicht, das ist das Sofa aus Hardline. War ein Witz, Leute. Aber es wäre geil, wenn das auffährt. Easter Egg und so. So, was ist jetzt? Ja, ich soll nachschauen. Okay, okay, okay. Hier ist wohl nichts. So, was ist los? Der hat sehnt, das ich. So, jetzt holen wir uns die Waffe. Die will ich gleich mal haben. Hallo, Waffe nehmen. Hat er sie jetzt? Nee. Boah, nimm die Waffe, Mann. Wie nimmt man die scheiß Waffe? Oder hab ich sie schon? Ich hab sie schon, alles klar. So, jetzt werden wir da aufräumen. So sieht's aus. So, Munition müsste da sein. Jawohl, funktioniert immer noch wie früher, Leute. Wo ist das Gascan? Wo ist das Gascan? Ah, der kriegt ein Heddy. Na? Machen wir's halt so. Gascan, alles klar. Geht da. Lass mich ne verarschen von euch. So sieht's aus, Jungs. Pisst mich nicht an. Franklin ist tot. Also, Leute, da müssen wir nur ein bisschen üben. Ja, ich bin grad frisch schreien, sozusagen. Hier geht ja. Also, ich hab schon mal gespielt, das Vieren. Alles klar, aber... Aber da muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen. So, wo sind die? Gascan, hier. Headshot! Headshot! So da. Headshot! So sieht's aus! Don't fuck me! Enemy! So geht das, Jungs! Lass mich nicht am Sack gehen. So, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht wieder drauf gehen. Da oben ist noch einer. Den haben wir. Gehen wir mal in Deckung. Hoppala! Ja, ja, ich schütte, ich schütte. Ich meine, ich schieße, aber... Ich liebe es. So, wo ist der letzte? Ah, da. Komm, komm. Alter, komm raus! Alter, dieser Koffer war im Deck hier. So, don't fuck me. Dude. Oh, Waffen einsammeln. Wie viel bin ich auch mal? Oh, so viel haben wir nicht, aber okay. Da vorne ist er, den schnappen wir uns! So, was ich ein bisschen ungut finde, es wäre ganz gut, wenn es man hat, das Ziel einblendet. Da muss ich mal schauen in der Einstellung, ob man das irgendwie machen können. Ich werde mal kurz gucken, das wäre nämlich nicht so schlecht. Ansonsten muss ich hier teilweise nachschauen, was ich gerade machen soll. Das ist nicht immer eindeutig erkennbar. So, wie kann man das einstellen? Anzeige wahrscheinlich, ne? Ist aber alles ein, ne? Wo ist der Sicherheitszone? Hä? Okay. Gut, anscheinend geht es nicht, aber egal. Komm, komm, komm! Beeil dich ein bisschen und wir müssen dem nachmachen. Ey, 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 ey! Du Wichser! Wie ist denn das für Sprüche hier? So, weg da, weg da, lang! Oh! Diese Fußgänger! So, wir müssen dem schnellsten nach, aber ich weiß ja, wo er hin will. Jetzt nach links. Hier muss ich links gehen. Gut, dann fahren wir hier links. Und jetzt geradeaus. Den schnappen wir uns, Leute. Den schnappen wir uns, den Pisser. Jetzt ist Flighttime für die Karre. Yeah! Jump! Oh, oh, oh! Oh, fast. Aber es geht gleich weiter. Ich fahre hier geradeaus. Das fällt jetzt unter Abkürzung. Ja, 100 Mal Nigger, 100 Mal Fuck. Das ist GTA! Oh! Was ist Christ? Christ hilft dir nicht. Oh, unsere Karre ist aber schwer im Arsch. Ziehen wir bis nach rechts irgendwie? Warum nur? Zeige euch warum. Darum. Der ist neben uns. Sollen wir jetzt stoppen, oder was? So, wir haben ihn. Wohoho! So. Wieder da. Okay, das soll man zurückbringen. Nette Karre. Öh, weg da. So, alles klar. Wir sind die Profi-Auto-Zurückholer. Mitarbeiter des Monats sowieso. Wohohoho! Mit der Karre kann man fast besser mit dem Auto lenken. Das ist besser als wie bei GTA 4 mit dem Motorradier. Komm ich gut, klar. Ich sage jetzt mal steuerungsmäßig. Kann man sich nicht beklagen. Das Sliden geht auch super! Also, mit dem kann man besser fahren, wie mit dem Auto. Aber das ist sicher nicht das Hypermotorrad hier, ne? I love you too! So, rüber da. Jetzt muss man längs rauf. Auf den Highway. Okay. Nö, halb bin ich, aber. Ein grüßeres Stresslein. Stresslein? Oh. Und schön über die Kreuzung bei Robots. So, jetzt darüber. Oh, was für ein geiler Drift. Langsam komme ich richtig gut rein. So, da ist die Waschanlage. Dann müssen wir das Auto absetzen. Oder das Autohaus. Ne, Waschanlage. Nicht Autohaus. So, wir müssen da hin. Ja, am Psychopath. Genau. Und weg ist er. So. Wir müssen da immer OK tricken, wenn wir automatisch speichern. Warum auch immer. Ist in Ordnung. Wir haben die Mission geschafft. Geh mal in unsere Car. Ey. Da ist unser Apartment. Sehe ich gerade. Schauen wir auf die Car. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss.